Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worms Revolution mit dem blauen Pete-Smiet. Bram ist grün, Hardy ist rot und ich bin gelb. Ja, hallo Freunde, ich bin der Blaue. Ja, Peter. Hey Peter, hast du eigentlich Sportwagen auf Deutsch? Ja, weiß ich auch nicht. Sportwagen. Nenn mir einen guten Grund, warum du jetzt zuerst auf mich gehen willst. Neben dir steht Joshi. Ja und, aber der kann auch genauso gut auf dich gehen. Hi. Das nehm ich persönlich. Ja, dann fick doch deine Mutter Anna an. Guck mal, dafür hatte Peter Müffel nicht mal Angst in seinen Augen. Das stimmt. Er hat das nicht zugelassen. Aber da hätte ich mich hin teleportieren sollen. Aber dafür ist Hardy jetzt dran. Oh, genau mit dem Wurm. Das ist ungünstig. Kann ja niemand wissen. Schieß doch mit dem Ding nur auf 10 ein. Wieso gehst du nicht auf die Grünen? Das verstehe ich nicht. Toll, Hardy. Warum musst du mich damit jetzt reinziehen? Ja, tut mir leid. Peter hat angefangen. Da muss ich jetzt bei dem beschweren. Ich muss mich doch nicht bei Peter beschweren, wenn du mich angegriffen hast. Das geht doch so nicht. Nee, ich habe Peter angegriffen. Nee! Jetzt pass mal auf! Nee, das geht so nicht. Ja, dann musst du ja dich jetzt bei Peter beschweren. Nee, das geht so aber nicht, du Lutscher. Wenn der mich nicht angegriffen hätte, hätte ich dich nicht angegriffen. Ja, tut mir leid. Hätte, hätte, hätte. Musst du dich bei Hardys Mutter beschweren, weil der geboren wurde. Sonst wäre das hier alles nicht so. Was ist das denn? Okay, habe ich auch noch nie benutzt. Du benutzt es. Mal gucken. Ich bin in Versuchung es zu benutzen, aber ich weiß nicht was es machen wird. Was sehen wir dann? In vier Runden. Beziehungsweise in vier wechseln. Nutte. Das ist mega unmützig. Das ist mega witzig. Oh, das stimmt. Peter hat zwei Würmer noch da stehen, die sich jetzt nicht bewegen dürfen. Oh. Und natürlich ist einer davon dran. Du könntest, du könntest versuchen, ähm, dir ein... Springen. Also, aber mit einem Fallschirm. Ist halt die Frage, ob du da unten möchtest. Sehr gute Frage. B буger saß. Nein, nicht auf die anderen Bobby's drauf. Hey, Harley. Oh, was willst du eigentlich von mir? Was soll denn eigentlich? Oho. Ja wen soll ich denn sonst gehen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie auf wen soll ich denn sonst gehen? Ja, pass auf, ich musste da oben weg. Welche Möglichkeiten gab's denn? Der Kamerun ist gerade verwirrt. Warum ist er denn jetzt so so? Ah, Hadi, warum gehst du denn schon wieder auf mich? Leute, jetzt schmeiß dir die da oben rein. Da ist dein eigener Wurm. Ja, du hast deinem eigenen Wurm zwei Schaden gemacht. Die zwei waren für Oli wieder zurück. Ach nee, das war der Gnudel. Boah Alter, wenn du Pille da runter springst und er in den beiden Minen landet, einer von beiden wird aber kein Blindgänger sein. Ey, spring mich mal bitte nicht da runter. Aber ich krieg den da nicht runter, weil ich nicht hinter dem stehen kann. Ja, Frau Fede, du bist aber auch der Gnudel. Ich könnte höchstens versuchen. Du bist ein bisschen provozieren, ne? Auf Konflikt gebürstet, meinst du? Ja, auf Diskurs bist du. Ja, auf Diskurs. Auf Diskurs. Oh nein. Das ist ein Scherz. Boah, da hat mir die wieder in das Leben gerettet. Das war ein Blindgänger. Das war ein Blindgänger. Was? Echt? Meinst du, Peter schießt Platz, Patron? Was soll das denn? Wir müssen die zwei AP wieder zurückholen. Was soll das denn? Ja, aber das ist zu viel. Moses, ertrink. Boah, da kann ich mich doch wieder nicht bewegen. Du kannst einfach nach rechts springen, glaube ich. So tief kann er die Dinger nicht schießen. Das kann ja nur auf einer geraden Ebene nach rechts schießen. Sonst kommt ja Erde. Nein. Du bist so ein Arschloch. Aber HLT bietet sich aber auch echt an, da muss man einfach mal was machen. Ja, ganz im Ernst. Ja, ganz im Ernst. Rechts auf zu mir, rechts auf zu mir. Nein. Oh, schon wieder. Oh, ich kann. Sie ist einfach ungünstig teilweise. Ich weiß, jetzt komme ich da nicht hin, ey. Oh, jetzt ist die andere Lieder unterwegs. Oh, jetzt ist die andere Lieder unterwegs. Oh, bitte lass die auch ein Blödgänger sein. Ja, natürlich. Ja, auch. So, jetzt müssen wir auch mal was tun gehen. Ach so, Moment. Was habe ich denn eben bekommen? Äh, wo ist das? Also Zeit habe ich ja noch genug. Aber... Also genug ist jetzt auch so eine Sache, ne? Ja, sechs Sekunden. Reicht ja. Ja, das finde ich jetzt aber blöd. Oh. Ich habe das Ding nicht gefunden. Hm. Oh, gleich ist du, glaube ich, wieder dran. Ammen? Ja, ja. Da, da. Da ist es gut. Ich lege die sogar noch näher an mich dran, obwohl ich weniger Löwen habe. Da war die einzige logische Konsequenz. Musst du die AP wieder zurück. Bullshit. Und das konnte der ja quasi gar nicht machen. Bist du ja schon schadengekrieg? Ja. Wird auch 14. Komm mal. Bist du jetzt mal wieder aus einem raus? Bei roten Händen sind natürlich geil, aber der braucht nicht genau den Sack. Ja, komm, tu doch nicht so, als wenn du jetzt... Geh doch einfach auf die beiden Rosten. Okay, ganz schnellen Tipp, ja. Die beiden Roten, wenn du eine Granat rein spielst, sind beide tot. Die Schnitzelkuh kriegst du dich kaputt, weil du kein Dynamik mehr hast. Das ist leider richtig. Das habe ich jetzt noch nicht verkacken. Habs verkackt. Geht zur Schande ins Wasser. Ne, hat nicht funktioniert. Wollte dich reinigen. Erstmal taufen lassen. Ja. Oh, ja. Das finde ich nicht nett. Ja, da unten säuft ja sowieso jetzt gleich ab. Also scheiß auf den. Können die durch dich saufen sterben? Ja. Ja. Glaube schon, ja. Ja. Oh, snap. Der Quatsch tief. Indie. Ach, ich habe aber da Gegenwind gehabt. Ach, Scheiße. Da habe ich nicht drauf geachtet. Wir haben ja immer noch kein Todesloch, wa? Das war auch mal ganz interessant. Ne. So ein dicker Ziegel da unten. Aua. Der fällt da nicht runter. Jetzt hat der da unten von Hardy noch einen. Das heißt, der ist in dieser Runde tot. Würde ich auch so vermuten mal, ja. Ach Gott, was mache ich denn jetzt mit dem hier? Die sehen wir mal auf Hardy gehen, ne? Ja, echt mal. Was hat der denn jetzt hier von... Ah, wobei. Lass einfach mal eine Mine runterfallen. Das ist nur nicht verkackt. Lass einfach mal eine Mine runterfallen. Oh, das ist aber schwierig. Ne, schmack dir mal eine hoch. Hi, Soldier. Ach, ich möchte sie dann ganz oben rein. Nein, ich will ihn nicht nach ganz oben werfen. Nein. Oh, nice. Ach, du bist doch so ein Wichser. Oh, die war richtig schön. Ah, die ist viel zu weit geflogen eigentlich. Ah, da hinten ist das. Oh, ja. Hat die dran, oder? Das steht mit dem Wunnen bei der Kanone. Ah, hier. Fallschirm an und weg springen. Wobei, ich glaube, da reicht springen eigentlich. Was ist denn jetzt? Ach so. Oh, das könnte interessant sein. Hey, Christian. Willkommen hier unten. Hallo. Deswegen ist es das blöde Ding weg. Hat halt die gut gemacht. Das ist jetzt ungünstig. Hey, Christian. Ich habe dich sofort gemüßt. Hallo. Das stimmt. Willst du gar nicht so lange hier unten bleiben? Willst du nur kurz vorbeischauen? Ich wollte den Dynamit da lassen, ja? Wollte direkt wieder gehen. Ja, guck mal. Jetzt hast du noch mehr Freunde. Oh, nein. Ich meine, er hat das überlebt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Du hast, du gehst mir voll auf die Eier. Wow. Das passt. Dann hat er dich jetzt voll gemacht. Das war aber eine lustige Reaktion, fand ich. 43 Damage und nochmal 5. Also 48 Damage. Mit einer Granate habe ich auch nicht mehr gemacht. Hey, du hältst da unten. Hey, hey. Vielleicht kriegt auch viel mehr Damage. Ja, meinst du, ich hätte da unten reinschießen können, wo mein eigener steht. Ihr wollt es mir das gerade echt erzählen? Nee, du hättest aber den Jesus da noch treffen können irgendwie. Ja, oder ich mach einfach die... Ciao! Du hast gerade deinen eigenen Wurm versenkt. Ich habe Kamikaze benutzt. Ja, das ist mir klar. So kann ich den killen, ne? Achso. Wolltest du heute ein Loch. Das wäre jetzt genial. Nee, äh, Hardy. Boah, Alter. Ob der den 155er da rein geschlagen kann. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Aber mach. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich da oben in Ruhe. Ja, lough. Ich würd' den Granaten ins Peter schmeißen. Moral-Peta. Du kennst den Moral-Peta noch gar nicht, oder? Der hat ihn immer wieder beeinflusst. Ganz ehrlich. Ich find Moral-Peta doch normal. Was wird denn jetzt? Keine Ahnung ich musste da irgendwie weg. A turn. 20 Ach ja, der dicke Pommel, der ist ja auch noch dran. So, wo ist denn jetzt hier das Moppet, was ich eben bekommen habe? Ach, das war das! Oh mein Gott, ja doch, die kriege ich ja wohl. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie was Spitz. Das war eine Petrol-Bomb. Ja, gut, ey. Ganz gut gelaufen für mich. Ist der tot? Ja. Die Teile sind doch nicht gut gelaufen für mich. Oh, macht ihn mir doch immer 15. Nice, Palmer. Hat Palmer tatsächlich sehr gut gemacht. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Da kommt der Palmer, wenn ich mit dem Palmer die Kiste hole, kommt der noch nie wieder da hoch. Was rödelt denn da so? Ach, das Krokodil da rechts. Das war knapp. Eine Sekunde ist viel länger als ich dachte. Ich dachte eigentlich so bei 96, zumindest da explodiert sie irgendwo. Hey, everybody. New weapons crate. Oh, die kriege ich schon direkt den PETA. Aber PETA kann sogar zwei holen. Wenn er sich nicht, wenn er sich beeilen würde. Da hat PETA aber gar keinen Bock drauf, weil PETA haut jetzt zu bestimmten Dynamit hin. LOL! Wie, du hast die schon? Wie freig ist das denn? Oh, die PETA trinkt-Urin wird mich, glaube ich, töten. Nailed it! Ja. Ne, doch nicht. NEIN! NEIN! LOS! Das ist da ziemlich viel, BAY! WTF? Wieso ist das? Wieso ist das? Jetzt ist Hardys mal oben. Jetzt hab ich da oben die Holi hinlegen können. Jetzt hab ich da oben die Holi hinlegen können. Guck mal, was ist das denn? Boah, die rollt dann da runter. Ist mir egal. Du musst es probieren. Du musst es probieren. Probieren, geht über, studieren. Wo sind denn hier überhaupt noch die Würmer? Du könntest Jesus mit so einer Flammenfaust da hundertprozentig wegmachen. Das ist aber nicht so einfach. Der würde dir den Rand da runterrutschen und dann in der Blockstelle. Hm. Achso, wir haben ja noch vier Minuten da. Alles gut. Elf. Stehen. Oh, nö! Komm, geh dann auf, du mir dieser Dix-Hahn. Ach komm, als wenn du die Frechheit mitgelesen ist. Ich verweigere den Tod. Du bist ja euer Jesus. Was ist das aus? Woll, eigentlich die Frechheit, der den Tod läuft ausgeschritten. Go away! Jetzt hab ich Final Destination gehabt. Oh, Braben! Oh, Snap! Boah! Das war knapp. Ja, war's. Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Ja, schön die Ecke rein. Boah! Ja, aber die Stimme ist natürlich dangerous. Dangerous! That girl is so dangerous. Hallo neuer Mitbewohner. Warte, ich schmeiße sie ganz oben hin, ne? Zu Harley? Doch, doch. Ah, zwei Sekunden, volle Möhre, das passt. Ja, Peter! Sorry! Noch drei Sekunden. Aber zwei waren auch okay, Bitch! Ah, dann geht der links drauf, dann mach ich jetzt Peter lieber weg anstatt Bram. Das ist Peter als erstes raus. Och, nö! Das gibt nix. Jetzt lang? Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die landen wird. Ah, das hat tatsächlich nicht funktioniert. Das ist ganz gut da unten. So, wer hätte denn gerne ein Stück? Der da oder der da oben? Ob der da oben ist. Der da oben ist nicht... Uh, das war gut. Die kann ich brauchen. Jetzt hab ich wenigstens zwei davon. Wo soll die hin? Ach, du, 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 du. Schon wieder Gegenwind, ey. Ja, dann dürfte ich die Höhe aber stimmen. Move along now. Neun Schaden, ja sicher. Das ist zu wenig. Gott sei Dank. Immerhin. Ja sicher. Oh komm, schaffe ich das, die da irgendwo liegen zu lassen? Sehr schwierig. Feste werfen. Ich dürfte eigentlich nur ein paar mal liegen bleiben. In einem zwei drauf sch нравится mit 42 OberGoogle. Ach nee. Überlebt er aber. Ja klar. Ich kann nur noch sonstigen Metals, 82. Ich bin allein. Ich bin allein. Oh oräl invested in danke dir. Hier ein Stück körper. Oh shit. das ist jetzt blöd wird sich darunter fliehen doch ich mach den jetzt ganz wenigstens was cooles wie die bananenbombe du wirst damit eh nicht wegkommen nein diese perfekten da drücke ich gerade noch auf escape einfach nur warum ich jetzt mit dem dicken dran sonst wäre ich doch da oben links hingeflogen hätte jetzt da unten mal reingeschmissen eine kurze frage warum drückst du eigentlich auf escape nicht so weit egal ich habe gleich noch ein versuch dabei habe ich nicht verdammt die meine würmerfeuer drauf das probiere ich dann wird das noch eine andere geschichte er hat noch 25 leben damit wir sterben ich habe vorher gemacht jetzt bei den rauf gehen komikaze gogo ja auf jeden fall du kommst da niemals ich versuche es aber ihr bitt oh ich komm hier nicht weg ja und schau lol nice man ist der über die web geplogen aber das kann man dir überlassen ja mir überlasse ich dir die ehre des letzten kills ja guck mal dachte ich gerade auch das hat so simpel ist dann habe ich verloren ich werde hier nix überstürzen oh schön den hier save und tschüss blub 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 jawohl hätt ich mal wieder gewonnen gg peter du stinkst du parteische stück scheiße ja ja da lacht er nur ja nächste runde könnt ihr dann wieder sehen wie hardy und peter sich gegenseitig weg machen werden bei einer neuen Folge von Worms Revolution vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal haut rein tschüss 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 tschüss